Hallo, hier ist Silke Schäfer von Drachen Qigong und ich mag dich heute einladen für mein Seminar am 27.12. von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr die kleine Shenzhen Reise. Egal ob du Shenzhen praktizierender bist oder noch nie Qigong gemacht hast oder gerne damit anfangen magst, du wirst begeistert sein von Shenzhen Qigong, Qigong der bedingungslosen Liebe. Der Meister hier, Li Zhongfang, ehemaliger Kungfu-Nationaltrainer und es ist mir eine große Ehre, von ihm Schülerin sein zu dürfen und als zertifizierte Shenzhen-Lehrerin die Formen weiterzugeben. Ja, ich mag dir einfach einen kurzen Einblick geben, es wird eine Shenzhen-Reise sein, quer durch die Formen. Welche Figuren wir wirklich machen, hängt ein bisschen davon ab, wer alles dabei ist und was euch liegt. Es gibt ganz ganz viele Formen, entstehen. Wir sitzen auf dem Stuhl, wir sitzen am Boden und wir schauen mal, was uns passt. Jede Form beginnt und endet mit der zertifizierten Bewegung. Echt dir eine Frau? Echtérange ich今日? Echt? Echt vermeineift oder also one? Christendroiser ein Feuer mit mir zu einem Euph Bio auf in die方. high Hang ich schnell, für secretly ti coloursst du Und einfach mal beginnen mit Releasing the Heart. Wahrheit entfaltet sich wie eine Blüte. Warum nicht ein bisschen Return to Swing? Es ist wieder auch Blühen. Es ist wieder Blühen. Warum nicht ein bisschen Heart, Mind, Swing? Zum Himmel zurückkehren und eins werden mit der Natur. Und das ist in Heaven-Earth. Das Öffnen und Schließen. Das Body. Das爱, Möre, Möre Nun hat mich ein bisschen Inhofeiert. Das gehört sich in der Gange. Und das hört sich in der Gange. Und das hört sich in der Gange. Und natürlich Vulu Equation, Energie aufnehmen durch alle fünf Energietore. Ja, ich hoffe, du hast ein bisschen Lust bekommen und vielleicht bist du dabei, ich würde mich freuen. Oder natürlich auch im Februar starten die neuen Kurse und vielleicht hast du auch da Lust, dir jetzt schon deinen Kursplatz zu reservieren. Ich habe keine Angst vor schwierigen Bewegungen, die kann man alle wunderbar zerlegen. Man kann alle Bewegungen an dich anpassen, wenn manche Dinge dir nicht möglich oder zu schwierig sind. Shang-Zhen-Chi-Wong geht es um die Öffnung des Herzens und einfach zu sein, wie du bist und nicht von der Schlaf.